So, heute mal wieder ein Movie von uns, Stockner machen. Und zwar sind wir heute auf dem Markt, am Wochenendmarkt, der Nachtmarkt, der hat nur Freitag, Samstag, Sonntag. Und zwar auf der Temprasitrot, Kreuzung, Schühe, Tannern, Sukhumid, Mann Junge, war ein langer Abend gestern. Wir sind ja auf dem Oberdeck, sieht man es. Also man kann hier umsonst parken, man wird da reingewiesen. Und, ähm, Alter, guck mal, wir nehmen euch natürlich mit. Wir sagen erst mal Hallo. Hallo. So, kommen wir noch mal gedrückt, ne? So, Hallo. So, wir waren ja eben schon, äh, in Baxare, äh, da waren wir mit einem, äh, anderen YouTuber, in Pipo Essen, haben ein bisschen gestreamt. Und, äh, jetzt gucken wir noch mal auf den Markt. Ja, alles bunte Lichter, damit ihr es auch mal seht. Otto ist wieder völlig begeistert. Ja, viel gibt's zu dem Markt nicht zu sagen. Wir werden mal gucken, äh, wie voll es ist. Äh, ansonsten würde ich sagen, es ist ein sehr günstiger Markt. Äh, man kann hier auch kaum handeln. Und ich glaube, ich muss die Maske aufsetzen. Aber dafür ist er eben halt sehr günstig. Man kann nur ganz, ganz wenig handeln. Äh, ich muss die Kamera kurz ausmachen. Eine Minute haben wir ja schon, aber das reicht nicht für die Werbung. Ich halte mal außen drauf. Herr Rotti auch mehr. Herr Otto hat sich schon riesig gefreut über die ganzen Laternen hier. Man kann auch da parken. Aber man sollte nicht auf der Straße parken. Ja, ich würde sagen, äh, ja, gehen wir an die Werbung. Bis gleich. So, hier ist er wieder. Wir sind grad wieder Rolltreppe gefahren. Haben wir irgendwo einen Aufkleber gekriegt, hier. So, dass wir rein dürfen. Äh, es ist so, ich hab meine, äh, ich verleg meine Masken ich bin ständig, ich weiß auch nicht. Ist einfach so. Und hab mir jetzt schnell die Motorradmaske geschnappt, die ich früher aufhatte. So, noch ein paar Sachen zu dem Markt. Der ist nur Freitag, Samstag, Sonntag. Hab ich das schon erwähnt. Ist ganz schön hell hier. Da muss ich mal eine andere Einstellung machen. Äh, ja, also bis gleich. So ist besser. Also ich hab hier zwei Einstellungen. Einmal für, äh, am Tag. Äh, wenn's sehr hell ist. Und einmal für nachts. Weil ich hab das natürlich für nachts genommen. Aber hier so hell. Das, äh, das alles so geht. So, ich werd mal draufhalten, damit er die Breite, hier für die Musik. Hoffentlich hat's keiner gehört. So. Ich dreh mal rum. Es ist natürlich so, äh. Ah. So. Okay. Hier kriegt man alles. Sieht man hier. Meine großen. 100 Bat. Aber die kriegt man woanders auch mal für 80. Und tief im Inneren des Landes, äh, auch für, äh, 50. An sich geh ich hier sehr gern auf diesen Markt. Weil, äh, ich das mit Handeln nicht so hab. Also ich geh lieber in den Laden rein, äh, leg das Geld hin und geh wieder. Äh, früher ist sehr gern gehandelt. Aber mitunter dauert das manchmal 10 Minuten. Und, äh, ja, da hab ich immer nicht so die Geduld. So, ihr seht's ja hier. Gibt alles. Ja, was ist denn? Ja, ne, ne Puppe. So, es gibt an sich hier alles. Hüter. Hüter. Base Caps. Taschen. Ja, ja. So. Hi, hallo. Also auch mit Kamera. Ihr habt's ja grad gesehen. Hab nur nicht gefragt, äh, ob er für YouTube was macht oder nicht. Äh, hier hängt man immer die Werbung für die Kleider mit dran, damit die Frauen auch wissen, wer's trägt. Das sind meistens, äh, Filmschauspieler oder Berühmtheiten. Also es ist ein reiner, äh, Sachenmarkt. Aber es gibt auch einen Stand mit Tieren. Telefon und so was. Also hier, das war diese Fläche. Ich halte heute, bis ich gucke, diese Fläche war voll früher. Und man konnte an für sich hier auch nicht so ruhig durchlaufen, wie wir jetzt. Ich seh keinen. Dann lauf ich mal vor. Äh, Second Hand. Sieht man's hier? Ich wollte nämlich grad sagen, hier waren früher viele Russen. Jetzt ist es schon auf Russisch ausgeschrieben. Ja, irgendwie sieht nicht aus wie Second Hand, aber... Ja, ich lass einfach manchmal ein bisschen unkommentiert, weil, äh... Ja, mir geht's heute nicht ganz so gut. Original Armani. Original Boss. Da wisst ihr Bescheid. Hier ist ein Original Otto. Mein Sohn, äh, auf meiner Seite. Mein Sohn, äh, äh, äh. Mehl. Bist hier, mein Sohn. Guck mal, Baby! Saar! Mama, Hallo! Guck mal wie hat sich freut. Hä? Guck mal hin, was er doch schon kann. So, hier ist wieder Freifläche. Ja, was soll man hier machen, wenn keine Kundschaft da ist? Oh, Original Adidas, Original Nike, sehr, sehr schick, Suprime, alles da, Original Buma, ja, hier haben wir alle Originalen auf einen Haufen, ich krach nicht weg, so, Schmuckladen, und hier haben wir so einen typischen Telefonladen, also die machen alles, die machen Telefon ganz, Computer ganz, hier sehen wir mal zwei typische Teilarbeiterinnen, hier die dritte, hier die Vierter, am liebsten mit Telefon, ja, 200 Watt, kurzes Hütchen für die Mutti, ja, das ist ja auch nicht so, mal her, sie fahr, sie som, ja, komm geht Leute, ja, wir haben es gerade über die Hose hier unterhalten, das sieht eigentlich nicht schlecht aus, da müssen wir mal gucken, was kostet, 100 Watt, ja, da steht sie für 390 Watt, ja, dachte ich mir schon, weil die extra gebunden waren, Kinder Sachen, 50 Watt, so gehen wir, wir gehen jetzt hier runter, wir haben auch hier Toiletten, die sind ganz da hinten, und ansonsten haben wir noch Essensstände, ja, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, machen wir es so, ich glaube, ich habe es wieder 10 Minuten voll, aber machen wir es mal, bis des Tages, bis gleich, du Otto, der Lehrer macht sich sehr große Sorgen wegen deiner Noten, Ach Papi, was gehen uns die Sorgen anderer Leute an? So, hier sind sie wieder, gehen wir mal durch die Geschenkabteilung, so, hier sind die Essensstände, also das geht von hier bis nach hinten durch, es sind glaube ich 5 oder 6 Reihen, Sie will immer in der Maske aufsetzen, aber ich will nicht, es ist natürlich so, dass sie teils das nicht verstehen, dass die Kinder auch schwer erkranken können, wenn die keinen reinen Sauerstoff nehmen. Ja, was soll ich dazu erklären zu essen? Vor allen Dingen fällt mir gerade auf, dass es beim Essensstand immer filiger ist. Das ist ein 160-Batter-Fisch und sehr lecker Sushi für den duftenden Mann. So, ich halte mal langsam, ich halte mal langsam hier rein, wartet, weil wir müssen ja die ganzen Essensstände nicht durchgehen und wenn der Film kommt, dann müsst ihr mir nur Bescheid sagen, dann gehe ich eben nochmal her und dann gucken wir nochmal Essensstände. Bei mir ist es so, ich habe es ja nicht mit dem Essen so, ich esse zwar auch, aber ich esse an und für sich nicht aus Genuss, sondern weil ich es brauche. Also, Da muss er wieder sehr schnell reden und laut reden, weil dann kann das YouTube nicht rausfiltern. Sonst muss ich es jedes Mal überspielen und da hört er gar nichts. Da hört er halt eine Fremdmusik oder ich muss es wieder teilen. So, Erdbeeren braucht man hier in Thailand auch nicht essen, weil die zu säuerlich sind. Dazu zu erklären werden natürlich auch, wo wir das letzte Mal in Deutschland waren, hat meine Mutter, also davor das, wo ich mit U war, wo die so krank war, und da hat meine Mutter Erdbeeren gemacht mit Zucker. Er ist sau lecker geschmeckt, aber U hat es nicht geschmeckt, Eddi hat Salz dran gemacht und dann hat es ihr geschmeckt. Ja, soviel nur zu dem Thema. So, Hotschuhe. Bitte nur auf den Markt gucken und nicht auf die Mädels. Handyhöhlen. Wir waren da schon mal hier. Da haben wir schon mal Filmaufnahmen gemacht. Ich glaube drei Monate her, allerdings war es dann so, die Filme sind nichts richtig geworden, weil ich war zu ruppig, ich war nicht ruhig genug und gelassen. Ich weiß gar nicht, was der nette Mann da eben gemacht hat. Ja, doch ist ganz schön gefüllt. Anni, soja, okay. So, Tiara. Guck mal hier, Otto. Da kam gerade ein Abonnenten. Wo ist der Otto? Komm zurück. Guck mal klein, Baby. Wie alt? Zwei Monate. Am 28. Wo ist er hin, Otto? Da. Da. Und was macht ihr hier? Ein bisschen einkaufen? Ja, wir gucken mal, was es hier so gibt. Essen haben wir vorhin aus Misan. Essen aus Misan? Ja. Wenn es ihr schmeckt, dann ist es super. Ja, klar. Die sollen keine Maske tragen. Das wäre lebensgefährlich für kleine Kinder. Ja? Weiß ich nicht. Ja, ja. Meine Tochter hat ja auch ein kleines Kind hier mit der Telefonier spiel. Ja. Ab wieviel Jahren sollen die Fragen halten? So ab 6 ungefähr ist es okay. Ab 6 Jahren. Ja, ja. Also es kann schon gehörnliche Schäden auch geben, sagen sie. Gut, wir machen erstmal weiter. Ich wünsche euch was. Ja, alles Gute. Danke. Okay, bye bye. Tschüss, Angela. Schaut mal bei meinem Kanal nach. Böse Website. Böse Website. Böse Website. Ja, ich guck mal. Okay, bye bye. Schreibt den Kommentar. Lädst du es morgen auf? Äh. Äh. Ne. Morgen stelle ich es zurecht und am Montag. Am Montag? Montag und Dienstag. Montag und Dienstag. Okay, bye bye. Alles Gute. Danke. So, wir werden, äh, äh, das, äh, das, äh, das erste Teil ist vorbei. Wir werden das zum Schluss machen. Ähm, wir gucken gleich mal in die Tierabteilung. Ansonsten, äh, Telefon wieder vergessen. Was machen wir jetzt, äh? Mir fällt da gerade gar leid. Äh, ich würd sagen, heute gehen, äh, Wir, äh, heute gehen besonders schöne Grüße raus an Dörg. Ansonsten, äh, gucken wär nicht schlecht. Abonnieren wär nicht schlecht. Darm daumen wär nicht schlecht. Glocke betätigen wär nicht schlecht. Ansonsten würd ich sagen, bleibt mir jung. Bleibt mir jung, Mann, äh. Äh, bleibt gesund, bleibt mir treu. Und? Werdet glücklich. Bis die Tage. No. Sffpowers und technologies. GS passing Haut. Philippic Die Gi parでは von our Schatten. Sie sind 4 times in von unserer Kauff援ter fest. Vielen Dank.